Herzlich Willkommen und Servus zu einer neuen Episode und einer neuen Saison der VfB Stuttgart Karriere. In der letzten Saison haben wir es geschafft, uns für die Champions League zu qualifizieren. Wir haben es auf Platz 4 geschafft. Das ist natürlich überragend. Das ist natürlich nicht nur überragend, weil wir dann Champions League spielen, sondern natürlich auch überragend, was dann das Geld angeht für Neuzugänge. Was natürlich dann auch die Argumente angeht für Neuzugänge, die wir zu uns holen wollen. Und natürlich auch als Argument um Kalajic und Silas, vielleicht auch Mangala, Mafopanus etc. Vielleicht alle mal davon zu überzeugen, eventuell doch hier zu bleiben, wenn nicht das große Angebot kommt. Wobei sie dann natürlich verkauft werden würden, wenn dieses große Angebot natürlich kommt. Ihr seht, der Kader ist riesig, weil die ganzen Leihspiele wieder zurück sind. Einige habe ich auf die Transferliste gepackt, einige auch auf die Leihliste. Emmanuel Nicolay war auch noch dabei. Den habe ich am Ende der letzten Saison noch gefunden. Und nachdem das letzte Video aufgenommen wurde, hat noch seine Position sich verändert. Und er hat einfach plus 16 bekommen, dadurch, dass er zum ZOM gemacht wurde. Also es war schon wirklich geisteskrank. Ihr seht es auf jeden Fall, es sind einige auf der Leihliste, es sind einige auf der Transferliste. Und deswegen schauen wir auf jeden Fall mal, was jetzt in den ersten zwei Episoden, wo es natürlich dann auch die Transferphase gibt, so abgeht. Wir haben super viele Talente. Wir haben natürlich jetzt noch super Spieler wie Silas, wie gesagt, wie Kalajic, wie gesagt. Rizzo Dohan ist auch noch überragend. Felix Jaco ist jetzt zurückgekommen. Da habe ich den Vertrag auch gleich noch verlängert, damit der uns hier nicht verloren geht. Karazzo hat noch den Verein verlassen. Der wurde ja nach Bournemouth verkauft. Tokuda wurde an Al-Ali ausgeliehen. Und dann kommt natürlich auch noch Joshua Gilabogui. Den haben wir geholt mit Vorvertrag. Das heißt, da haben wir gar nichts dafür bezahlt. Er ist schon 32. Beendet auch nach dieser Saison seine Karriere. Das heißt, wir haben ihn genau für diese eine Saison. Da plane ich aber natürlich, ihn zum Innenverteidiger zu machen. Er hat jetzt eine 77 als Sechser. Aber wir planen ihn, wie gesagt, als Ersatz für Karazzo. Deswegen auch direkt den Entwicklungsplan gegeben zum Innenverteidiger. Dauert auch nur zwei Wochen. Das kann er eh schon spielen. Hat er auch in echt schon öfter gespielt. Und ich habe ihn halt einfach haben wollen. Weil ich noch ein bisschen Erfahrung im Team haben wollte. Wir haben nur einen Spieler an die 30, um die 30, über 30. Und das ist Endo. Deswegen wollte ich da noch einen dazuholen. Und da ist dann Gilabogui wirklich die perfekte Wahl gewesen. Hat da richtig gut ins Teamgefüge gepasst. Kennt natürlich auch die Bundesliga. Und jetzt geht es los, Jungs. Jetzt geht es los mit Transferphase. Johan Horn wird ausgeliehen an Cadiz. Und Rizzo Dorn kriegt ein Angebot von Inter Mailand. Der zweite aus der Serie A. Da hat Lazio lustigerweise die Liga gewonnen. Nicht Juventus oder eben Inter. Die sind wie gesagt zweiter geworden. Wollen sich jetzt aber mit ihrem Kader irgendwie noch ein bisschen verstärken. Haben deshalb dann auch ordentlich Geld auf den Tisch gehauen. Und erst wollten sie uns Zaha andrehen. Das wollte ich nicht haben. Ich habe ihnen gesagt 45 Millionen. Dann geht der Deal auch über die Bühne. Und das hat dann auch funktioniert. Rizzo Dorn also Neuzugang aus der ersten Saison. Wurde jetzt an Anfang dritter Saison verkauft. Es ist halt ein Top-Klub gewesen. Ich habe gesagt, wenn die Top-Klubs kommen mit viel Geld, dann wären wir auch gesprächsbereit bei den meisten Spielern. Und so war es dann auch wieder. Sein Ersatz, 10 Millionen billiger, war dann Pedro de la Vega. Und das glaube ich ist ein richtig geiler Transfer. Kommt ja dann auch so in Richtung Klimovic, in Richtung González. Einfach ein sehr offensiv starker, technisch versierter Argentinier aus der argentinischen Liga. Der ist auf jeden Fall bereit für den nächsten Schritt. Deshalb, wie gesagt, auch 35,5 Millionen gekostet. War genau sein Marktwert. Das haben wir direkt bezahlt. Und da haben wir einen richtig guten Deal damit gemacht. Der hat nämlich direkt sein Potenzial abgegradet bekommen. 4 Millionen Marktwert dazu gewonnen. Und wird jetzt noch zum MS trainiert. Das wird auch auf jeden Fall schneller gehen als die 55 Wochen, wenn er da mal ein bisschen eingespielt ist und dann eben auch gut in Form ist. Dann geht das Ganze relativ schnell. Gut in Form war auch Florian Müller. Deswegen wollte Juventus hier ihre Torwart-Reihe verstärken. Oder besser gesagt, sie haben halt genau einen Torwart. Das ist Wojciech Czesny. Der ist natürlich noch besser als Müller. Aber so als Nachfolger von ihm könnten sie hier mit Florian Müller eine gute Wahl getroffen haben. Sie haben 36,5 Millionen auf den Tisch gelegt. Und dann konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Juventus einfach eine andere Hausnummer als wir, auch wenn sie nicht lizenziert sind in FIFA leider. Aber da haben wir Florian Müller losgeworden. Und der ist jetzt wie gesagt in Italien aktiv. Also die ersten zwei direkt mal nach Italien verkauft. Einmal zu Inter Mailand. Einmal zu Juventus Turin. Und da braucht man natürlich auch einen Ersatz. Als Bredlo macht es dann echt gerade richtig gut. Aber natürlich brauchen wir hier für diese Karriere einen neuen Stammtorhüter. Johann Horn wurde noch ausgeliehen. Und dann haben wir schon unseren Ersatz gefunden. Odysseas Flachodimus. Aus der Stuttgarter Jugend rausgegangen. Damals zu Benfica. Lissabon hat sich da sehr gut entwickelt. Und ist jetzt in dieser Karriere bei Everton gelandet. Die sind außerhalb der europäischen Plätze gelandet. Am Ende der letzten Saison. Deswegen habe ich gedacht, das ist relativ realistisch, dass der Mann vielleicht nochmal zurückkommt nach Stuttgart. Ich glaube, damals gab es auch keinen großen Stress. Der wurde einfach aus Leistungsgründen damals aussortiert. Man hat nicht viel in ihm gesehen. Das war offensichtlich die falsche Variante. Weil offensichtlich ist er ja ein sehr, sehr guter Torhüter. Mit Champions League Niveau hat er bei Lissabon schon ein paar Mal gezeigt. Deswegen habe ich da auch das Geld auf den Tisch gelegt. Er ist sogar ein Rating höher als Müller. Er ist natürlich aber auch ein bisschen älter. Aber ich denke, das ist eine richtig geile Verpflichtung. Ich denke, der kann da unseren Kasten sauber halten. Dann auch ganz lustig. Nicolay wurde an Cadiz ausgeliehen. Genauso wie Horn. Das heißt, wir haben da jetzt zwei Jungs, die in der zweiten spanischen Liga bei Cadiz spielen. Da können wir mal ein Auge drauf behalten. Wie gut die da spielen. Wie gut die sich entwickeln. Und ob sie mit Cadiz vielleicht irgendwas erreichen. Das wäre ja auch cool, wenn die zwei die irgendwie zum Aufstieg führen könnten. Das wäre ja auch auf jeden Fall eine coole Story so am Rande. Enzo Milo war dann der nächste Spieler, der ein Angebot bekommen hat. Und das wurde auch angenommen. Enzo Milo, da habe ich einfach keinen Gebrauch dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen waren wir da auch 3,1 Millionen mehr als genug. Da wollte ich nicht so groß diskutieren. Prager kann sich da gerne bedienen. Kann da gerne wahrscheinlich mit ihm deutlich mehr anfangen, als ich jetzt noch bei uns bei Stuttgart. Und eine Sache muss natürlich auch noch gesagt werden, während Jaco hier noch ausgelöhnt wird an Southampton, kommt ein Leihangebot rein für Ado Mensa. Das ist von Lanos lustigerweise genau der Klub, von dem wir Pedro de la Vega geholt haben. Das heißt, wir haben ihren rechten Flügel geholt und ihnen dann ein Top-Talent ausgeliehen dafür. Ist natürlich auch sehr, sehr cool. Dann kommt noch Dean Terzic. Das ist der Regen von Edin Dzeko. Ich wollte einfach so eine Bundesliga-Legende, so einen Regen da einfach mal vielleicht zu uns holen. Der ist jetzt gerade bei Juventus, da kommt er aber natürlich nicht zum Zug. Hat da bei uns deutlich mehr Chancen zu spielen. Deswegen habe ich da auch dann, wie gesagt, das Geld auf den Tisch gelegt. Das Geld in die Hand genommen, sozusagen nach Juventus geschickt. Und Dean Terzic, ein E-Field, bis es eh Dean Terzic ist, steht jetzt bei uns vorne im Sturm. Habe ich einfach gemacht, weil Jaco, wie gesagt, der braucht noch mal eine Laie, dann ist er richtig gut. Und Dean Terzic, dann unser Stürmer Nummer 3 hinter Kalajic und Mamouz. Kalajic kriegt einfach keine Angebote. Genauso wie Silas. Ich zeige euch wirklich fast jedes Angebot. Ihr habt auch im Hintergrund mal gesehen, wenn ich Angebote abgelehnt hatte. Zum Beispiel Mamouz hat Angebote bekommen. Aber es kommt einfach nichts für Sascha oder für Silas. Und ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht ein, die dann auf die Transferliste zu stellen und dann einfach weniger Geld zu bekommen, als ich eigentlich verdient hätte für die Jungs. Einfach nur damit wir sie auf Krampf verkaufen. Das heißt, entweder kommt jetzt noch ein Angebot oder er wird halt nicht verkauft. Oder wir behalten ihn halt einfach da. Ich bin ganz ehrlich mit euch, wie gesagt, ich sehe es einfach nicht ein, die auf die Transferliste zu stellen. Denn so dringend möchte ich sie dann auch nicht loshaben. Wenn sie hier bleiben wollen, sollen sie hier bleiben. Wenn keiner Angebote macht, sondern immer nur das Gerücht kommt, dass jemand ein Angebot macht, kann ich da leider relativ wenig dran ändern. Ich denke, ihr versteht das. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr habt gesehen, wenn die Angebote für die richtigen Spieler kommen, dann werden die auch verkauft. Ich habe die Mamouz-Angebote nur abgelehnt, weil ich eigentlich plane, dass er dann in die Fußstapfen von Kalajic tritt, wenn Kalajic ein Angebot bekommt. Und deswegen habe ich die erstmal abgelehnt, damit wir nochmal warten können, ob Kalajic vielleicht wirklich noch ein Angebot kommt. Aber alles andere, Dohan wurde verkauft, Müller wurde verkauft. Da habe ich alles eingesehen. Aber wie gesagt, auf die Transferliste stelle ich die Jungs nicht. Ich denke, das seht ihr auch ein. Ich denke, das ist relativ logisch. Und dann wollen wir doch mal rein starten in die neue Saison, oder? Erstes Spiel gegen Mainz 05. Da kommt natürlich morgen wieder die Karriere. Und hier ein Start nach Maas durch Orel Mangala mit einem absoluten Traumtor. Unterkannte Latte. So kann man mal in eine Saison rein starten. Das sage ich euch aber. Vor allem, weil wir danach einfach nicht aufgehört haben. Endo gewinnt den Ball. Dann geht es über mehrere Stationen. Auf De La Vega, auf Stilas raus. Der bringt die Flanke scharf in die Mitte. Und Matteo Klimovic macht das 2 zu 0 noch vor der 10. Minute. Also ein wirklich Traumstart hier in Stuttgart, in der Mercedes-Benz Arena. Direkt mit den ersten zwei Chancen zwei Tore gemacht. Und danach auch einfach, wie gesagt, nicht aufgehört. Karlajic schlägt rüber auf Klimovic. Der hat die nächste Chance. Der hätte es fast 3 zu 0 stillen können. Und dann kommt erst kurz vor der Halbzeit, oder quasi mit dem Halbzeitpfiff, das erste Lebenszeichen von Mainz. Bitter für uns. Ist auch nämlich drin. Burkhardt mit dem 2 zu 1, wie gesagt. Da kommt dann der Mainz nochmal ran. Kurz vor der Halbzeit. Ist natürlich ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Sie hatten dann natürlich einiges vor, aus der Halbzeit rauskommen. Wollten da wieder mitspielen. Aber ich hatte natürlich auch einiges vor. Ich wollte da wieder für klare Verhältnisse sorgen. Deshalb sehr offensiv gespielt. De La Vega, unser neuer Zehner mit dem Distanzschuss. Hat leider noch nicht getroffen. Aber dann wurde es Zeit für ein neues Debüt. Terzic kommt rein für Karlajic. Der war noch nicht so hundertprozentig fit. Der hat auch nicht so richtig überragend gespielt. Hat hier und da mal was dazu beigetragen zum Spiel. Aber überragend war er wirklich nicht heute. Deswegen habe ich mich da gut gefühlt, Terzic reinzubringen. De La Vega gewinnt dann kurze Zeit darauf auch den Ball. Gebt ihn rüber auf Terzic. Und der mit dem Traumstart zu seinem Leben in Stuttgart. Direkt in seinem Debüt. Direkt vor der Kantschetterkurve. Direkt mit wahrscheinlich seinem ersten Ballkontakt. Macht hier das 3 zu 1. Macht hier seinen Debüttreffer. Seinen ersten Treffer im Trikot mit dem Brustring. Und so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Jaco war auch überall wo er war. Immer ein Knipser. Und das erhoffe ich mir natürlich jetzt auch von seinem Regen. Hinten hat Flachodimus auch einen sehr guten Tag erwischt. Immer wenn Mainz durchkam, hat er eigentlich irgendwie irgendwas halten können. Nur bei dem Tor von Burkhardt war er natürlich chancenlos. Aber hier der Schuss von Mitrovic. Richtig, richtig geil gehalten. Von unserer neuen Nummer 1. Der passt auch eigentlich ganz gut dazu, muss ich sagen. Zum Rest vom Team. Versteht sich wahrscheinlich blendend mit Mafropanos. Ich denke, wie gesagt, er kennt ja auch schon das Umfeld. Ich denke, das sollte ganz gut passen. De La Vega gewöhnt sich so lange an seine neue Position. Sein Nachfolger ist ja auch jetzt ausgeliehen an Lanus Adumensa, glaube ich. Und Kalajic wird immer noch nur umgarnt. Aber es gibt dann einfach keine Angebote. Deswegen konnten wir da noch nichts verkaufen. Silas genauso. Und das war es dann auch für diese Episode. Die ersten drei. Deals sind fix. De La Vega, Flachodimos, Terzic. Sind denke ich gute Einkäufe. Um dieses Team hier zu verstärken. Oder besser gesagt, um die Abgänge aufzufangen von Müller und von Dohan. Es sieht schon mal richtig gut aus, hier dieses Team. Ich kann euch auch sagen, dass Gila Vogi auf eine 80 hochgegangen ist, als wir ihn zum Innenverteidiger gemacht haben. Ich will ihn trotzdem nicht in den Start erstellen, weil ich meine, er spielt eh nur noch ein Jahr. Er ist einfach nur da, um Verletzungen aufzufangen und um natürlich englische Wochen das Rotieren zu ermöglichen. Deswegen würde ich sagen, sind wir schon mal ganz gut aufgestellt für die neue Saison. Wir haben natürlich aber noch ordentlich Zeit, jetzt in der nächsten Episode nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Und vielleicht wird uns ja wirklich noch ein Star weggekauft. Wenn euch diese Episode jetzt aber gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da. Lasst auch gerne noch ein Abo da, dann verpasst ich keine neuen Videos. Schaut mal bei unserer anderen Karriere vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Cause I've been hypnotized by the light